Kompaktes Pferdewissen zum Mitnehmen. Dein Pferd von Huf bis Kopf. Der Hippophil Podcast. Einfach mehr Wissen. Ich bin Stefan Filos und ich kümmere mich seit fast 30 Jahren um die Hufe der Pferde meiner Kunden. Und ich begrüße dich zu dieser neuen Folge, wo es eine kleine Besonderheit gibt. Also eine kleine Neuerung habe ich eingeführt. Und zwar wird es diese Folge sowie auch, ich denke mal, die meisten weiteren nicht nur als Podcast geben, sondern auch als Video bei YouTube. Diesen Kanal habe ich ja wenig bespielt, aber die paar Videos, die ich dort schon eingestellt hatte, haben immer großen Zuspruch gefunden. So kleine Helferlein, wie nehme ich ein Eisen ab, wo ist die Hufrolle, also mehr so Wissen. Deswegen habe ich mich entschieden, quasi mal einen Aufwasch zu machen und das Ganze nicht nur als Audio, sondern auch als Video zu veröffentlichen. Aber wenn du das jetzt hier als Podcast hörst, so viel entgeht dir jetzt im Moment nicht. Also wenn du mich vor meiner quasi Studiorückwand stehen und sprechen sehen willst, dann kannst du dir das auf YouTube gerne mal anschauen. Aber ich weiß, viele sind nur auf YouTube unterwegs. Und deswegen ist das natürlich eine neue Plattform, die viele ja auch nutzen. Für weitere Folgen später kann das auch mal sehr nützlich sein, dass man mal das ein oder andere Bild zeigen kann. Da werde ich sicherlich noch ein bisschen experimentieren, wie das am besten geht. Wie gesagt, erstmal herzlichen Glückwunsch, genau. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, wo ich kurz was erzählen möchte über, ich sag mal, seltsame Rehefälle, die jetzt im Winter immer wieder aufgetreten sind. Mal exemplarisch an einem Pferd erzählt, was ich ein bisschen besser kenne, wo ich also auch den Alltag mitbekomme. Ein Pferd, das verschiedene Baustellen hat, also neben Cushing, EMS, auch Spatt, Hufknorpelverknöcherungen, diverse Allergien. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe, ist sehr gut möglich. Was ist also passiert? Das Pferd, ich wurde gerufen, war vorne rechts lahm. Hufrehe hat es natürlich auch schon gehabt in früheren Zeiten, den letzten Schub vor, ich glaube, ungefähr, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren, sagen wir mal, also schon ziemlich lange her. Das Pferd ist sehr gut gemanagt, das ist gut unter Kontrolle, wird ganz kontrolliert gefüttert, immer abgewogenes Heu, bekommt die Preskent, Entschuldigung, die Schleichwerbung, also diese Tablette und ist deswegen also hormonell ganz gut eingestellt. So, ich habe dann mir die Hufe mal angeschaut und eine Stelle gefunden, vorne rechts im verdächtigen Bereich unter der Hufbeinspitze, die druckempfindlich war. Auf der anderen Seite war nichts, Position war auch nicht. Ich habe gedacht, gut, kann ja irgendwo mal draufgetreten sein, das kann ja passieren. Und habe dann einen Beschlag angebracht, der die hintere Hufhälfte etwas mehr zum Tragen, also einen Polsterbeschlag, heranzieht und vorne den Bereich der Hufbeinspitze freilässt. Auf der anderen Seite den gleichen Beschlag, nur eben vollflächig, also auch den vorderen Bereich mit zum Tragen herangezogen. War dann erstmal viel, viel besser. Nach ein paar Tagen musste ich aber wieder hin, weil es dann vorne links lahm ging. Ich habe mir das dann angeguckt, ich kenne das Wert ja nun auch schon ein paar Jahre und die Besitzerin war auch der gleichen Meinung, das sah jetzt verdammt nachher aus. Zwar immer noch keine Position und auch nicht so die typische Trachtenfußung und all diese Sachen, Wendeschmerz war wohl vorhanden, aber wie gesagt, man kennt ja seine Pappenheimer und will ja auch dann nichts versäumen. Und dann haben wir gesagt, gut, allem Anschein nach hat dieses Pferd Hufrehe. Das hat sich auch dann im weiteren Verlauf als richtig dargestellt. Wir haben dann den Tierarzt hinzugezogen, Tierärztin in diesem Fall. Aber hier schon mal kleiner, ja, zum Mit-nach-Hause-Nehmen, kleine Erkenntnis. Also man kann eine Hufrehe am Anfang, im Anfangsstadium, in den ersten Stadien, sehr leicht auch mal mit einer einseitigen Lahmheit verwechseln. Das passiert auch dann, wenn die Rehe auf einem Huf aus den gegebenen anatomischen Gegebenheiten schlimmer ist. Dann ist der eine Huf schmerzhafter und dann sieht das mehr wie so eine Lahmheit aus. Das Pferd nickt und so weiter. Aber immer im Auge behalten, wenn andere Sachen dafür sprechen und vielleicht eben auch EMS und Cushing zum Beispiel vorhanden sind, immer auch dann mal an die Hufrehe zumindest kurz denken. Die Tierärztin, die dann dazu kam, war erst mal etwas verunsichert. Sie sagte, seid ihr denn sicher, dass dieses Pferd überhaupt Hufrehe hat? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das läuft doch ganz ordentlich. Und wir haben dann gesagt, ja doch, also wir tun jetzt auf jeden Fall mal so, als ob. Also eine Blutuntersuchung veranlasst, um den ACTH-Wert zu ermitteln. Denn dieses Pferd hatte vor Jahren aufgrund der Blutwerte eine halbe Tablette bekommen. Was sich aber für dieses Pferd zum damaligen Zeitpunkt als zu viel herausstellte. Es wurde also lethargisch, hat nicht mehr ordentlich gefressen. Und also was so an Nebenwirkungen halt bei diesem Mittel schon mal vorkommen kann. Daraufhin hat es eine Viertel Tablette bekommen. Und damit ist sie auch die ganze Zeit sehr gut zurechtgekommen. Teilweise sogar in den trockenen Sommern, so mit Weidegang. Und also auf jeden Fall mit der kontrollierten Heufütterung hat das alles sehr schön funktioniert. Bis dahin. Akut erst mal Boxenruhe veranlasst, Eisen runtergenommen, Hufverbände macht. Hat sich bei diesem Pferd immer gut bewährt. Ist bei manchen Pferden aber anders. Also ich kenne auch Fälle, wo dann Eisenabnehm-Hufverbände machen, die Sache verschlechtert hat. Hufverband beinhaltet in diesem Fall für mich natürlich auch eine Polsterung der hinteren Hufhälfte. Also eine Unterpolsterung, um eben die Zehe zu entlasten. Versteht sich. Metakarm in einer ordentlichen Dosierung. Und eben rationiertes Heu. Kein anderes Futter. Hat bei diesem Pferd verhältnismäßig schnell zu einer Besserung geführt. Das Wichtigste fast vergessen. Die Tablette wieder von einer Viertel auf einer Halbe erhöht. Nachdem das klar war, die Blutwerte sind so, naja, einigermaßen akzeptabel, aber könnten besser sein. Also ganz wichtig in solchen Fällen, man kann an den Hufen rumdoktern, wie man will. Man kann alles mögliche probieren, Schmerzmittel geben und so weiter. Wenn man es nicht schafft, die Ursache abzustellen, dann kommt man aus diesem Schub lange, lange nicht raus. Also in diesem Fall war es verhältnismäßig klar. Da kamen nur EMS und Cushing in Frage. An der Fütterung war aber nicht wirklich was geändert worden. Und deswegen preskent Dosis erhöht. Wir haben dann auch mal mit einem Refraktometer den Zuckergehalt des Heus gemessen und den für akzeptabel befunden und das so ein bisschen auch mal beobachtet. Es kann ja natürlich immer mal in einem Pensionsstall zum Beispiel auch mal ein Heuballen dazwischen sein, der ein bisschen mehr Zucker enthält. Dann kann natürlich so ein Pferd, was aufgrund dieser hormonellen Vorerkrankungen empfindlicher reagiert, damit tatsächlich mit einem Rehesschub reagieren. Also besserte sich der Zustand. Es gab dann auch ganz häufig bei diesen hormonellen Fällen nach ein paar Tagen einen üblen Rückfall. Also nachdem die schon ganz lustig in ihrer Box unterwegs war, die natürlich ganz dick eingestreut war. Gehört auch immer dazu, dass sie ihr die Füße so in die Einstreu stecken können, wie es für sie bequem ist. Plötzlich lag das Pferd mal einen Tag und hatte wirklich richtig Auerfüße. Also das konnte man wirklich merken. Und die Atmung war beschleunigt, der Puls und so weiter. Das Pferd schwitzte und das war so ganz klar. War aber zum Glück nach einem Tag nicht direkt vorbei, aber besserte sich dann schnell wieder. Also man steckt nicht immer drin, auch sowas kann halt vorkommen. Und als das Pferd dann langsam so ein bisschen nach einer Woche, glaube ich ungefähr anderthalb, weiß nicht genau, unruhig wurde. Das wollte ja dann doch auch gerne mal wieder raus. Habe ich dem Pferd dann Holzschuhe angezogen. Also den Wundenschuh nach O'Grady. Das ist eine drei bis vier Zentimeter dicke Holzplatte aus wasserfest verleimtem Holz, so Art Multiplex. Und die wird an den Huf angepasst. Die Bodenseite kann man halt so gestalten, dass man eine hervorragende Abrollfähigkeit herstellt. Man kann den durch Braspeln oder mit der Flex den Abrollpunkt genauso einstellen, dass er unter der Hufbeinspitze liegt. Und man kann von oben, von der Oberseite, wo also der Huf drauf steht, schön auch eine Aussparung fräsen oder schleifen. Damit auf keinen Fall die Sohle da Berührung mit dem Holz bekommt. Das Ganze funktioniert so. Also man hat diesen Rohling, hat die richtige Größe ausgesucht, hat den Umriss aufgezeichnet und mit reichlich Zugabe dann beschliffen. Und hat eben diese Ausfräsung gemacht und das Bodenprofil gestaltet. Dann, und das ist das Gute bei dieser Geschichte mit dem Wundenschuh, kann man ganz schrittweise immer vorgehen. Also das Pferd muss nicht lange immer auf einem Bein stehen, muss nie lange den Huf hochheben. Man nimmt den Huf hoch und da in die weiße Linie, wo sonst die Nägel reinkommen, schräg nach außen, da in diese Richtung, wo sonst die Nägel dann auch wieder aus der Wand austreten, bohrt man ein Loch von 3 mm Durchmesser. Also nicht 1, sondern 4 bis 6, so viel wie man eben nachher Befestigungen haben will. Da das Pferd vorher beschlagen war, ist es besonders einfach gewesen. Die Nägel saßen schön, hat man also die letzten zwei Nägel, äh, Nagellöcher genommen und einfach mit einem Bohrer aufgebohrt. Akkuschrauber, 3 mm Bohrer rein, zack, einmal aufbohren, Huf wieder runterlassen, wenn das Pferd nicht mehr stehen kann. Huf wieder aufheben, nächstes Loch und so weiter. Wenn die Löcher alle drin sind, dann nimmt man passende Schrauben dafür, schraubt die von oben, von der Hufwand, am stehenden Huf, erstmal die vier Stück. So weit in den Huf rein, klickt jetzt ein bisschen fies, so, ne, Schrauben in den Huf, aber die sitzen ja da, wo sonst die Nägel gewesen wären. Also da schraubt man dann die Schrauben rein, so dass sie praktisch bis auf Bodenniveau kommen, also noch nicht aus dem Huf wieder austreten. So, dann den Huf einmal hochnehmen, Polster vorher angemischt, Luwex Polster hinten in die Strahlregion gestopft. Den Schuh einmal aufgelegt, den Huf abgesetzt. Wenn das Pferd lieb ist, geht das wunderbar, dann steht es einfach kurz auf diesem Klotz und dann mit dem Akkuschrauber schnell die ersten zwei Schrauben in die Holzplatte ganz reingeschraubt, so dass sie oben natürlich noch rausschauen und schon ist das Ganze super bombenfest fixiert. Das mit allen Schrauben dann gemacht, wir haben das fehlgenommen und von außen noch zwei, Entschuldigung, von außen noch zwei in den, äh, in den Holzschuh sozusagen als Aufzüge, die aber ganz weit hinten saßen. Pferd lief damit schon wunderbar und da das Ganze damit auf einen Paddock sollte, der auch ein bisschen schlammig war, wer weiß, wie dieser Herbst und Winter so vom Wetter gewesen ist, also Herbst und Winter 23, 24, sprechen wir jetzt von Pferd, also das Ganze später, sie ist sehr verregnet, sehr matschig, um das Ganze zu schützen und gegen Eindringen von Schmutz und so weiter abzusichern. Fünf Zentimeter Cast-Verband einmal außenrum, so dass die Schrauben abgedeckt sind, so dass also die, äh, die Zehe von vorne bedeckt ist und dann bringt das Ganze noch zusätzliche Stabilität und eben Schutz gegen Schmutz. Nach ein paar Wochen, also das Pferd ist damit wunderbar auf den Paddock gegangen, richtig im Schlamm und so, alles gar kein Problem, das war fröhlich unterwegs und das war wirklich schön anzuschauen. Als das Ganze dann, ich sag mal, sich stabilisiert hatte, habe ich dann einen normalen Rehbeschlag angebracht, so ähnlich wie ich das ja eigentlich vorher schon gemacht hatte, mit Plattepolster und nur zwei verschiedenen Polstern, vorne ganz, ganz weich, im Grunde nur gelartig, damit kein Schmutz eindringt, aber nicht tragfähig und, äh, die hintere Rufhälfte natürlich mit einem stabilen Polster. Das Ganze hat, ich weiß gar nicht, drei Wochen, vielleicht vier Wochen, ja, gedauert ungefähr. Da war das Ganze schon wieder, also das Pferd war schon wieder gut zu Fuß. Blutegel wurden zwischendurch auch versucht. Hat aber nicht funktioniert. Also einfach, weil die Egel nicht ans Pferd wollten, sei es wegen der Schmerzmittel, sei es, weil es vielleicht nicht richtig rasiert war oder so, ist aber auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Und ich habe hervorragende Rückmeldungen von vielen Kunden, dass das eine wunderbare, große Erleichterung für das Pferd ist, wenn diese entzündungshemmenden Stoffe aus dem Egel dann in den Huf gelangen. Zusammengefasst, zwei wichtige Take-Home-Messages sagt man, glaube ich, dazu. Erstens, eine Hufrehe tarnt sich manchmal als Lahmheit. Und zweitens, die Ursache der Hufrehe zu finden und abzustellen, ist wichtiger als alles andere. Habe ich eingangs schon mal gesagt, man kann tolle hoforthopädische Sachen machen, ob man jetzt der einen oder anderen Meinung da anhängt, ob man das mit Keilen macht oder eben diese Strahlunterstützung und so weiter. Man kann super tolle Sachen machen, die auch ganz oft helfen, aber wenn ich die Ursache nicht gefunden und abgestellt habe, dann wird das nichts. Ich lasse es erstmal hierbei bewenden. Nur so als kleines Fallbeispiel mal aus der Praxis. Ich habe jetzt im Winter noch verschiedene andere Pferde gesehen. Zum Glück nur ein weiteres in meiner Kundschaft, wo diese hormonell induzierte Hufrehe im Winter jetzt stattgefunden hat. Das passiert wirklich sehr, sehr oft. Und wie gesagt, lass es jetzt einfach mal hierbei bewenden. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und wenn du auf meiner Website nochmal was nachlesen möchtest. Da habe ich halt über Hufrehe und alle möglichen Hufkrankheiten und Themen kürzere und längere Blogartikel und größere, umfangreichere Abhandlungen sozusagen auf meiner Webseite. Und auch natürlich ein bisschen Werbung. Wir stellen ja selber auch ein Mittel gegen Strahlwohle her und verkaufen ein paar Kräuter. Da wirst du sicherlich hier und da mal auf so eine versteckte Werbung finden. Du kannst auch gerne direkt mal in den Hippophil-Shop gehen. Und neuerdings eben lohnt es sich auch wieder mal bei YouTube in den Kanal zu schauen. Ich danke fürs Zuhören und Zusehen. Und sag mal, alles Gute für dich und dein Pferd. Bis zum nächsten Mal. Stefan Filos